Jawoll! Es startet endlich! Ja! Geil! Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier mal zu einem bisschen anderen Video. Wir sind heute auf dem Revi-Server, wo wir normalerweise nie sind. Und wir spielen eine Runde Revo. Frag mich bitte nicht, warum, okay? Dein Partner ist gestorben. Ich hatte einen Partner. Okay, auch nicht schlecht. Jo, der ist ein Dorf, WTF. Wenn hier eine Schmiede ist, dann ja WP, Alter. Und der Typ wird uns hier safe wrecken. Er hat einfach Full Iron. Er hat Full Iron Steinschmeld. Wenn er turnet, bin ich tot. Hä? Was macht er denn? Okay, er wird uns halt jetzt Hardcore bumsen. Weil, ja, wir haben halt nichts. Junge Revo. Junge, er wird halt nie wieder gehen. Nie wieder wird er... Ja, er lässt uns! Okay, Leute, ich spiele jetzt das hier auch komplett auf Tryhard. Also, ich werde jetzt hier die ganze Zeit sneaken und gucken, dass mich hier keiner erwischt. Wir werden halt safe am Ende gegen Teamfighten. Ähm, weil mein Team hätte schon gestorben. Und hier sind noch ein paar Teams am Leben. Der Border schrumpft nun. Heißt nicht die Border. Oh, und wenn das hier zwei droppt. Schade, eins. Äh, zwei! Zwei, wir haben zwei, wir zweifeln. Oh, wir haben eine Rot. Okay, nice. Holy shit. Ich weiß nicht, ob es im normalen Warro verboten war, sich eine Rot zu bauen. Aber ich glaube, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, aber es war verboten, oder? Kann es sein? Jetzt können die Leute kommen, Alter. Jetzt bin ich gekippt. Ich bin jetzt richtig gekippt, Junge. Ich kann jetzt richtig die Rot-Combos hier heraushauen. Einfach wegrotten, wenn irgendwas nicht so richtig hinhaben sollte. Und kann auch Lava setzen, kann mich löschen. Ich habe jetzt full nice einen ekypt. Ich weiß nicht, wo trifft man sich denn? 0,0? Die Mobs ziehen aggro. Hier ist wer. Und full Iron. Alleine. Und der Creeper. Oh mein Gott, wir müssen, wir müssen. Er hat gerade full Damage bekommen. Okay, René. René Crash, René Crash. Was hat er geworfen? Ei? War das ein Ei? Okay, René. Okay. Oh. Da, das hättest du lieber nicht machen sollen. Ei, da haben wir René. Nice. Okay, wir packen ein. Wir packen alles ein und gehen. Wir gehen jetzt einfach hoch. Wir sind direkt am Spawn und hier ist keine Sau. Da muss ich jetzt ein bisschen die Titans-Streads auspacken. Wie finde ich am besten Gegner, die wir dann töten können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen in Richtung Border. Die sind safe, alle ein bisschen weiter außerhalb. Das heißt, 80 Blöcke Border-Entfernung ist schon, also 50 ist auf jeden Fall eine Grenze, würde ich sagen. Die wird ja immer kleiner, glaube ich jetzt. Das heißt, wenn sie immer kleiner wird, ja hier ist sie schon, heißt sie müssen sich ungefähr hier so befinden. Gegners. Irgendwo hier so unten in der Höhle. Und da das einfach ein normaler Revo-Game-Modus ist, gehe ich davon aus, dass sie einfach so hier so rein daddeln und hier so in der Höhle gehen. Das Beste, was uns jetzt passieren könnte, ist, dass wir einen Solo finden, der ein bisschen Deer-Stuff hat. Aber, oh, da unten sind zwei Namen. Da unten waren zwei Namen. Die holen wir uns jetzt. Das größte Problem ist gerade, dass sie echt so aneinander stehen. Ich weiß auch nicht, ob die das hören oder nicht. Eieieiei, okay. Aber der eine sneakt. Gar kein gutes Zeichen eigentlich. Ich glaube, jetzt werde ich was abhören, die das. Ich glaube, sie haben mich gehört. Ich muss halt jetzt hier so lange warten, bis sie sich trennen, dann kann ich erst losgehen. Dann stehe ich da. Ich muss mich ein bisschen aufhören. Okay, die haben hier auch schon ein bisschen rumgebaut. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Die sind beide full enchanted. Die sind full enchanted. Die sind full enchanted haben Deer-Stuff. Ja, ich bin tot. 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 Kein, da ist mir eigentlich egal. Oh mein Gott. Ich habe immer... Ich habe ihn gezogen. Ich habe ihn gezogen. Ich habe sein Mate nicht gesehen. Fuck. Mich hätte es full interessiert, was ich für Stuff aufgehoben habe. Weil ich wollte eigentlich das... Ich wollte hier zu... Hier habe ich ja schon eigentlich zugebaut. Also hier konnte er safe nicht durchkommen. Also das hätte ich gehört, weil hier hätte er safe gebaut. Aber dass er von hier oben kommt. Ja, Leute. Wir haben auf jeden Fall noch einen mitgeholt. Das war auf jeden Fall nice. Lass mir wissen, ob ihr vielleicht eine Fortsetzung davon sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao. Ciao.